Menschen, bei denen das Geld zum Leben nicht ausreicht, erhalten Unterstützung durch die kommunalen Jobcenter. Wegen der kleinen Kinder kann ich nicht Vollzeit arbeiten. Mein Ziel ist eine Ausbildung. Im Jobcenter lasse ich mich beraten, welche Möglichkeiten ich habe. Seit fünf Jahren bin ich arbeitslos. Ich habe mich oft beworben, aber keine feste Stelle gefunden. Jetzt bekomme ich Unterstützung vom Jobcenter. Mit Familie und Kindern kann man vom Mindestlohn allein nicht leben. Deshalb bin ich froh, dass einem beim Jobcenter geholfen wird. Im Jobcenter finden Sie Ansprechpartner für die wichtigsten Themen. Arbeit, Ausbildung und Finanzielles. Zu Unterstützung gehören neben einer persönlichen Beratung auch finanzielle Hilfen. Die finanzielle Unterstützung gliedert sich in Regelbedarf, Unterkunft und Heizung, individuelle Bedarfe sowie Bildung und Teilhabe. Manfred erhält den Regelbedarf. Das sind Ausgaben für das alltägliche Leben. Bedarf für Unterkunft und Heizung bedeutet. Angemessene Kosten für Miete und Nebenkosten. Die Mietkosten in Deutschland unterscheiden sich. Deshalb legt jedes Jobcenter fest, was angemessen ist. Anna ist alleinerziehend. Für ihre Kinder bekommt sie einen Mehrbedarf. Kinder und Jugendliche aus Familien mit wenig Geld können Leistungen zur Bildung und Teilhabe bekommen. Das sind Leistungen für Bildung, Sport, Kultur und Freizeit. Die kommunalen Jobcenter legen besonderen Wert auf die individuelle Jobberatung. Die Unterstützung erfolgt in den Bereichen persönliche Beratung, berufliche Aktivierung, Qualifizierung sowie Vermittlung in Ausbildung und Arbeit. Anna ist eine Ausbildung wichtig. Mit dem Berater bespricht sie verschiedene Möglichkeiten, die zu ihrer Lebenssituation passen. Zum Beispiel eine Teilzeitausbildung oder eine Umschulung in Teilzeit. Um in seinem Beruf wieder arbeiten zu können, benötigt Manfred PC-Kenntnisse. Diese bekommt er in einer Fortbildung. Um seine Schulden zu regeln, geht Hasan zur Schuldnerberatung. Ein individueller Plan zum Schuldenabbau und die Teilnahme an einer Fortbildung helfen ihm, seine Situation zu verbessern. In der Beratung habe ich viele Informationen für eine Teilzeitausbildung erhalten. So kann ich mich beruflich entwickeln und für meine Kinder da sein. Das Jobcenter hat mir eine Computerschulung bezahlt. Ich habe viel gelernt und habe endlich einen Job gefunden. Die Leute vom Jobcenter und von der Schuldnerberatung helfen echt weiter. Und mit Hilfe einer Fortbildung sollte es nötig sein, mehr Geld zu verdienen.